Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vollgeist, zu einer speziellen Folge und zwar mit unserer Bewerberin Franzi, die heute dabei ist und uns mal zeigt, wie die Krone geholt wird. Mit dabei, Kati auf jeden Fall. Moin was geht, ich bin's, euer Kati. Goldi. Ja. Und halt auch die liebe Franzi. Hallo. Hallo. So, das ist doch machbar. Darf man hier nicht rüberlaufen, wenn man diese Dinger hat? Ne, doch. 30. 33. Ich bin auch drin, 30. Ja, das reicht. So, go, go, go. Ach, geht doch. Vorsicht. Ne, ist zu weit. Weil du das jetzt gesagt hast. Ja, ungefähr, ne? Stark. Acht Punkte. Guck mal, da gibt's noch welche, die sind doch... Ich weiß gar nicht, was die da machen. Mach dir nix vor, das ist ne Scheiß-Map, das ist die Hölle. Das wird aber irgendwie. Ja, ich muss doch da drüber hüpfen. Ja, da so drauf, ne? Wir sind wie so Trampoline praktisch, ne? Und dann immer zur nächsten Ebene dann halt. Am besten halt immer von Dings zu Dings. Du kannst hier unten aber auch unten langlaufen, sozusagen, wenn du runterfällst. Musst nicht extra draufklettern oder so. Aber hier hinten wird's dann... ein bisschen schwieriger. Was mach ich denn da? Was mach ich denn da? 27. Hä? Jawohl. Ja! So, nämlich. Hä? Vorbeigehechtet. Ruhe! Okay. Oh Gott. Sorry. Ja, alles gut. Großartig. Naja, nur durchlaufen. Ja. Dann fällt man einmal runter am Ende, ne? Und dann kann man gerade auslaufen. Ja. Hinten ist gut. Weil dann kann man immer sehen, was schon offen ist. Nein! Oh! Oh, deswegen gamble ich nicht. Das ist ja ne Frechheit. Alle da hinten gehen nicht auf. Oh, 10 Punkte nur. Ah ja, gut, reicht. Und weiter. Genau hinter dir gleich, ähm, Cartman, ne? Ja. Kannst du gleich hochjumpen. Wo steh ich? Muss man da auch irgendwo ans Ziel laufen? Ne, ne, nur, nur die Ringe einsammeln. Oh, hier sind ja ganz viele. Lass mich hier hoch. Oh ja. Oh, das waren da nochmal fünf Stück oder so. Und da drei noch. Zwei, eins, fertig. Ja, Mann, Gudi. Sauber. Preis laufen. Eigentlich nur... Und über das Ding springen. Ja, ja, also nicht, genau. Und dich nicht runter donnern lassen. Klar, die von den Hindernissen. Das hatten wir im letzten Video. Och, ne, der Ventil da auch hauen, die. Also, ich laufe jetzt nur noch geradeaus. Ist mir egal. Oh, ich kann die nicht gleich raus. Oh, ne. Einer ist raus, ne? Einer ist raus, ne? Wir zwei raus. Oh, Goldi, wir müssen. Oh! Nee, ich bin raus. Ja, jetzt ist es vorbei. Das wird's eng, ne? Wir sind auf der zwei. Kannst du erst machen. Jetzt gibt dir Mühe. Ja, das war's. Es spielt ja keiner mehr mit. Ich dribble das hier bis nach Tokio. Ballzeit auf die Eins. Jawohl. Also, Cyrus. Ja, ich hab nur vom Besten gelernt, ne? Stamp in den Schaden. Aber das hätte ich auch nicht gedacht, dass das noch so geht, wenn da zwei gleich raus sind. Das Ding hier? Ach, ne, das war mit den Bomben noch. Ja. Also, hier musst du einfach nur von Plattform zu Plattform springen. Ja, ja, an die Krake kommen wir dann. Hast du fleißig zugeguckt, ne? Ja, ja. Ja, super. Oh, Gott. Nein. Ich bin raus. Oh, ich bin... Macht nix. Macht nix. Vorsicht, Sandy. Wir nehmen dir Kacke. Oh. Nein. Was macht ihr denn? Oh, hab ich geschielt, Alter. Sorry. Ist das richtig? Das ist nur einer von denen. Und der... Ich glaub, der fliegt jetzt raus. Ey, der fliegt runter. Jawohl. Ey, sag mal. Ey, was... Ey, was... Ey, was war das denn? What the fuck? Instant win? Ey, das ist ja wohl... Alter, Lachs. Was ist denn jetzt hier los? Jo. Geil. Jo. Sauber. Ja. So einfach geht's. Anders, ne? Ja, am Ende ist da nochmal ein anderes Ding. Sonst ist es gleich, ne? Nee, das ist es gleich. Nee, am Ende waren da auch diese Ringe... Nee, ich glaube, am Ende ist es ein bisschen anders. Aber ist ja geil. So, okay. Go, Francie. Go, Francie. Vorsicht, du musst springen. Ich hab's gemerkt. Entschuldigung. Macht nix. Nächstes Mal weißt du's. Ach, Punkt ist doch gut. Besser wie nichts, ne? Oh. Jawohl. Ich bin auch... Oh, mein Brenner. ...20. Nein. Steh auf. Oh. Jawohl. Und jetzt kannst du... Oh, wir sind weiter. Alles gut. Ja, also... Ja, also... Ja, also... Ja, also... Unten ist ein Dreh... Oh, ne. Drei unten. Ja, ne. Drei. Ach, du Scheiße. Sag ich ja. Ach, du Scheiße. Das ist schwer. Also, ne? Immer abschätzen und rüberspringen. Ey, plus Kanone sogar. Die ist auch noch da. Ja, klar. Und nicht? Ohohohohohohohohohoho. Unser MAD auch. Unser MAD ist raus. Ah. Ich auch. Echt? Ja. Ich bin runtergeschoben worden. Oh. Schlimmlaublehra. Ohohohohoho. Ja, 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 ich bin auch raus. Ich auch. Ja, ja. Scheiße! Und wir sind tatsächlich weiter. Das gibt's doch nicht. Jawoll, Alter. Was sind wir denn für Kampfmaschinen? Oh, ja, also hier einfach Prost. Hier müssen wir einfach den Berg hoch und da kommt von unten Schleim. Aber zu langsam ist er, wird vom Schleim gefressen. Ham, ham. Ham, ham. Und hiernach ist dann Ham, Ham Finale. Erst, oh Gott. Okay, dann wird's eng. Ich zäcke, du willst die fahren hoch. Stark. Bist aber auch breiter als hätte ich der. Ha. Meine Scherenhände. Hau ab, Junge. Ich rein da. Stark. Ist unser anderer noch drin? Stark. Was? Gucken, was jetzt kommt. Basketball. Nee, Baseball. Baseball, Junge, was ist das denn? Was ist das? Bälle in den gegnerischen Korb befördert. Okay, also hier vorne mit der Schießentaste. Franzi, mit der Schießentaste nimmst du den Ball auf. Und der muss da irgendwie hinten rein. Wie, wie? Muss man da? Hä? Oh, mein Ball ist runtergefallen. Meine auch. Ich raff das nicht. Was hat der denn? Die haben die Bälle, Junge. Der kann hier slow-mo so reinspringen mit dem Ball. Oh, nö. 2-0. Wie doof. Ja gut, wenn das im ersten Mal spielst, ne. Ja. Verpisst euch. Da ist der Ball hingeflogen. Weiß ich nicht. Ich hab den weggeworfen. Die haben immer den Ball. Vor allem schmeißen sie den Ball auch so weit. Ich hab das eben auch mit Hechten versucht. Das ging nicht. Naja, das ist... Oh. Ja, das ist... Also, keine Chance. Okay. Äh, muss Gas geben. Ja, wo bleibt der denn? Wo bleibt der denn? Oh, oh. Jetzt muss Gas geben. Also, hier in die Röhren vorne rein, ne. Oh, wieder da. Ja, läuft doch. Gibt Gas. Ja, ich aus Versehen. Entschuldigung. Alter. Da ist er weit vorne. Hä, wohin muss ich hier? Äh, hinter die rote Wand, wenn du da bei der roten Wand bist noch. Nee, ich bin da in einer blauen. Äh, ich weiß jetzt gerade, ne? Aber warum nehme ich denn diesen schwierigen Weg hier? Ich weiß es nicht. Ich habe auch gerade, aber ich komme hier nicht mehr hoch. Ah, 26. Ist es hoch? Ah, sag doch vorher rechts. Ah, hab ich doch. Ey, ich sag doch mal vorher rechts, Alter. Ey, schau mal. Sag mal, Alter, kann ja nicht wahr sein, Alter. Ich bin doch kein Davi, dass er 300 Meter vorher ansagt. Verarscht, das ist so. Naja, gut, aber jetzt ist natürlich... Das ist natürlich... Weil du vorbeispringst. Du musst da drauf springen. Oh Gott, tschüss. Da kugelt sie sich rum. Nee, wir sind doch weiter. Ja, ja. Sag doch einfach vorher rechts. Echt? Mensch. Mit der Abkürzung fangen wir gar nicht erst an, mit ihr zu erklären, ne? Nee, Mann. Nee, Mann. Let's go, Alter. Vielleicht kriege ich das dann aber bis dahin. Nee, nee, mach erst mal. Hopp. Nur weil ich eine Frau bin? Nee, weil das am Anfang zu schwierig ist. Sag dir, wie es ist. Also ich persönlich identifiziere mich als Zelfin und fühle mich jetzt auch diskriminiert, dass du mich nicht mit aufgezählt hast. Ja. Raus, oder? Raus kann man bei der Map hier, glaube ich, gar nicht. Das ist doch irgendwas mit dem mittlere Ding oder so. Nee, der... Die Abkürzung. So irgendwas, was ihr geredet habt. Ja, hättest du mal besser aufgepasst. Also musst du nochmal Nachhilfe nehmen. Also nicht weiter. Ja. Nee, okay. Wir müssen mich doch ficken, Alter. Was soll denn das? Na, mal gucken, wie viele Stangen diesmal unten sind. Fünf. Ich kann auch wieder sagen. Fünf oder acht, Alter. Irgendwo. Aber zehn plus, Alter. Zwei. Das ist nochmal was Neues. Ich bin nicht da unten. Was mach ich denn da? Zirkus. Nein, ich bin unten. Alter, nein. Guck mal. Leute, wir können mich doch nicht alleine lassen. Ja, Gold, jetzt musst du liefern. Ja, wie, jetzt musst du liefern? Das ist mein Nemesis, das Game, Alter. Zeig dir, wo der Hase entlangläuft. Du bist der Letzte von uns. Aber es ist noch gut. Also wir sind noch vier da. Ja, es reicht aber. Panic-Potten gedrückt, der hat da gecheatet. Ist das nicht, wo der Boden weggeht und dann runterfällt? Nur die Blauen. Ja. Also auf die Blauen laufen. Nicht auf die Blauen laufen. Ja, aber ich hätte dich festge- Festge- Äh, Scherenhändet. Hier. Schrei mit. Oh, es vibriert. Geh weg. Nö. Was ich mit meinen Scherenhänden alles machen kann, ne? Soll ich mal wieder? Soll ich es mal vibrieren lassen? Oh mein Gott. Vorsicht, Kugel. Oh, oh, oh. Sickerweißer Ball. Zwei. Alter, guck mal, wie stark wir erster sind. Nö, nö. Ich bin raus. Ich bin noch, ich bin drin. Ich bin raus. Oh. Ja, wir sind ja weiter, ne? Waren ja weit erster. Dicken Schluck Bier wird jetzt hier noch. Wird die noch erfunden? So, ja. Ne, die kannst du. Wir holen das Ding jetzt. Komm, Männer. Oh, komm, das wird jetzt eine ganz glatte Rasur. Wo bin ich? Ich bin doch gar nicht. Achso, doch, davor. Ne, geht, geht, geht noch. Oh mein Gott, ich bin raus. Oh mein Gott, was war denn das? Scheiß. Du hast mich runtergeschubst. Alter, wie? Da kam ja gar nichts eben. Ne, Mann. Ne, da bin ich gegen dich gesprungen, da bin ich runtergefallen. Wer, ich? Ja, du. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Der Schleim wird auch immer wieder. Ich bin raus, ich bin raus. Du bist raus. Ja, kann sein, dass der Schleim wieder wird. Alter, das ist ja, was ist das denn? Oh, stark. Ich will nicht mehr. Doch, du packst das. Mach doch einfach, dass es aufhört. Alter, wenn die... Noch 2 Minuten 40. Boah, loah. Das bleibt jetzt so, wa? Kann ich mehr. Alter, Alter. Fuchs. Alter, unser Matt kämpft aber wie ein Löwe, ey. Der kämpft wie ein Löwe. Der ist gut, Alter. Der ist richtig gut. Alter, das ist ja Stress pur. Oh Gott. Das war's. Oh, unser Matt ist auch raus. Schade. Junge, das ist aber, das ist aber richtig schwer am Ende. Das war intense. Ich hätte verloren. Sahle, das ist ja. Bis zum nächsten Mal.